Ich stehe mit Christoph Howard, dem aktuellen First Baseman der Buchbinder-Legionäre Regensburg, heute mit dem Grand Slam-Homerun. Immer ein schönes Gefühl im gut gefüllten Stadion dann die Legionäre gleich im ersten Inning da in Führung bringen zu können, oder? Natürlich ist es schön, aber wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen und da kommen wir aber so langsam hin. Ja, du jetzt wieder zurück in der Line-Up seit dieser Woche, warst ja verletzt im Moment am ersten Base, das ist wahrscheinlich auch für die Bänder im Fuß im Moment noch die bessere Position, oder? Ja, ist schon noch besser, aber ich will da so schnell wie möglich wieder weg und hinter die Platte, bin Catcher und werde mein Leben lang Catcher bleiben. Ja, ganz klar, dass du da auf deine angestammte Position zurück möchtest, aber du machst deine Sache am ersten Base auch gut, wie wir heute und gestern wieder gesehen haben. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg, nächste Woche steht der Buchbinder-Cup an. Ja, nächste Woche der Buchbinder-Cup, wie schätzt du eure Chancen ein? Wir haben Heidenheim, Bonn und die Antichrist Paderborn zu Gast. Ja, relativ gut eigentlich. Ich sehe noch nichts. Ja, wir werden es sehen. Jetzt sehe ich auch etwas. Ne, ganz gut. Wir haben die alle schon mal geschlagen, Reidenheim ist immer schön, aber noch ein bisschen Payback, was wir zahlen müssen und das wird gut. Alles klar, ich wünsche viel Erfolg für die nächste Woche und wir sehen uns dann wieder, wenn es hier in der Armin-Wolf Arena wieder Baseball gibt. Yes. Danke, Christopher Howard. Bis zum nächsten Mal. Ja, da.